So, wir sind jetzt im Gräfbad und endlich hat es geklappt! Vor genau einem Jahr habe ich versucht, diesen Gutschein einzulösen, den ich damals bekommen habe von MyDays. Und dieser Termin wurde einfach fünfmal verschoben und immer wieder war es das Wetter schuld oder dann war ein anderes Problem da. Und ja, jetzt, finally, geht es los! Und ich bin so aufgeregt, weil ich sowas noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und ja, es wird, glaube ich, eine richtig, richtig, richtig coole Zeit dort oben. Der Flug und alles, das Wetter ist ja echt grandios. Hier ist das so klingen. Und ja, bis gleich, ich halte dich auf dem Laufenden. Dann mit voller Montur aus, mit dem schönen Helm, mit dem grünen Mikro und gleich geht es auch schon los. Dann mit dem schönen Tag. Wah, ja. 更 schön. Dann mit dem schönen Tag. So, jetzt sind wir auf dem Boden, sind gut gelandet. Es war eine super tolle Tour, wir sind bis zum München-Locker-Stadion gekommen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal.